Hi meine Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe gerade mit dem Anwalt gesprochen, der es euch ermöglicht, ja, quasi gegen eure Broker und Clearstream und so weiter zu klagen, um dem Ganzen ein bisschen Druck zu verleihen, dass die Umwandlung funktioniert, dass der Übertrag der Wertpapiere funktioniert und so weiter und so weiter. Und ja, ich habe gerade nochmal mit ihm gesprochen und er hat mir das nochmal ein bisschen erklärt, worum es jetzt gerade so geht. Und es geht halt vor allem darum, dass ihr eure Schadensersatzansprüche nicht verliert, ja. Also was ist notwendig, damit ihr ein Anrecht auf eventuellen Schadensersatz bekommt, ja. Also wenn jetzt in Zukunft eine Rechtsprechung kommt, dass man als Privat oder dass die Broker zu wenig getan haben, um euch diese Umwandlung zu ermöglichen, dann muss halt nachgewiesen werden, dass ihr halt wirklich versucht habt, das Ganze umzutauschen und ja, den Broker unter einer Fristsetzung im Endeffekt dazu aufgefordert habt, sich jetzt mal um eure Umwandlung zu kümmern. Die Frist, die dafür besteht, dürfte der 15.10. sein, weil das der Zeitpunkt ist, an dem halt jetzt diese offizielle Umwandlungsfrist momentan erstmal zu Ende sein wird. Es sei denn, das Ganze wird nochmal in die Zukunft verlängert. Auch das ist natürlich eine Option, die besteht. So wie ich Clearstream jetzt in den letzten Monaten beobachtet habe, gehe ich mal davon aus, dass jetzt entweder morgen, übermorgen oder so, also kurz bevor die Frist zu Ende ist, eventuell diese Verlängerung der Frist halt, ja, bekannt gegeben wird. Und da muss man jetzt natürlich ein bisschen aufpassen und mal schauen, wo das Ganze so hingehen wird. Also das ist meiner Meinung nach noch sehr, sehr unklar, wie das jetzt genau laufen wird. Nichtsdestotrotz denke ich, ja, solltet ihr euch halt überlegen, ob ihr euch da nicht vielleicht doch noch anschließen wollt. Ich habe jetzt gesagt, dass ich am Donnerstag nochmal die Sachen rausschicke, ja, also nochmal, falls sich noch Leute eintragen sollten, auf aktien-akademie.de-russland, dass ich die nochmal rausschicke, sodass dann halt noch ein Schreiben an eure Broker vor dem 15.10. verfasst werden kann, sodass ihr halt nicht auf euren Schadensersatzanspruch, ja, verzichten müsst, wenn man so will, ja. Wenn ihr euch da eintragt, beauftragt ihr die Kanzlei noch nicht, sondern die wird sich bei euch melden. Und dann bekommt ihr die genauen Informationen, wie deren Angebot für euch aussieht. Rechnet mal ungefähr mit Kosten, so um die 350 Euro ungefähr, jetzt einfach nur so für dieses, um dieses Schreiben aufzusetzen und diesen Schadensersatzanspruch eventuell geltend machen zu können. Das heißt, tendenziell ist das, denke ich, was sich erst lohnt, wenn ihr, ich sage mal, eine größere Position irgendwie habt bei diesen ganzen russischen ADS und die Umwandlung halt noch nicht funktioniert hat. Ganz viele von euch sind jetzt ja die Wege gegangen, die ich euch vorgestellt habe. und die haben ja auch funktioniert zum Großteil, ne. Also ich habe jetzt am Freitag, ähm, sind die ADS über die Zwangskonvertierung bei Freedom Finance umgewandelt worden, bis auf einige, die halt noch unter Sanktionen stehen, aber auch die sind sie froher Hoffnung, dass sie das noch hinbekommen. Also von daher denke ich, könnt ihr euch, ja, also wenn ihr die Wege gegangen seid, dann sollte das ja inzwischen geklappt haben. Ähm, ja, solltet ihr andere Wege gegangen sein, solltet ihr euch auf euren Broker verlassen haben oder eure Broker eventuell auch versucht haben, ähm, ja, diese Umwandlung selber zu machen und euch dann diese wunderschönen Mitteilungen geschickt haben, so, ja, nee, wir können das jetzt doch leider nicht machen. Äh, ja, da müsst ihr dann halt einfach mal gucken, was denn da jetzt Sache ist. Und, ähm, ja, also ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, euch da noch anzuschließen, um eure Schadensersatzansprüche aufrechtzuerhalten. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man das jetzt erst macht, dass man dann die Umwandlung selber noch hinbekommt, ist, glaube ich, relativ gering. Aber, ähm, wenn ihr, ich sag mal, vielleicht ein bisschen angefressen seid auf eurem Broker, dass er euch nicht richtig geholfen hat oder so und ihr euch diese Option einfach offenhalten wollt, dann wäre das jetzt halt die Möglichkeit, halt über die Kanzlei das Ganze zu machen. Wie gesagt, ist nicht kostenlos für 400 Euro Russland, irgendwie Gazprom-ADRs oder so, würde ich das jetzt nicht machen. Aber solltet ihr jetzt ein Portfolio haben mit 25.000 oder so, dann könnte es halt durchaus sein, dass ihr in Höhe von ein paar tausend Euro eventuell Schadensersatz irgendwann, ähm, ja, beanspruchen könnt. Ähm, vergleichbare Urteile gab es in anderen Fällen durchaus, wurde mir halt von dem Anwalt gesagt und deswegen könnte das halt eventuell sinnvoll sein. Also, wenn ihr wollt, tragt euch in die Liste ein. Ich reiche das dann weiter an den Anwalt und dann bekommt ihr kurzfristig halt die Information. Das heißt, ähm, schaut dann auf jeden Fall Donnerstag, Freitag mal in euren E-Mails, ob ihr da was bekommen habt, damit ihr die Kanzlei dann halt auch beauftragen könnt. Ja, so viel dazu. Das war jetzt erstmal die kurze Aktualisierung dazu. Also, ähm, vielleicht nochmal einmal für diejenigen, die das schon gemacht haben. Wie ist der Status Quo? Ähm, ja, also bei ganz, ganz vielen war es jetzt halt so, dass die Kanzlei die nochmal angeschrieben hat und dann haben die natürlich die gleichen Sermonen häufig zurückbekommen, der auch euch präsentiert wurde. Also, nach dem Motto, ja, wir versuchen ja, die ADRs zu tauschen, aber es geht halt einfach nicht, ja. Und, ähm, das ist jetzt natürlich erstmal relativ unbefriedigend jetzt für die allermeisten, weil ihr habt natürlich gehofft, dass es dann halt vielleicht jetzt funktioniert mit der Umwandlung. Aber, ähm, ja, ihr habt damit zumindest jetzt nicht verloren, sondern ihr habt jetzt halt die Möglichkeit auf einen Schadensersatz in dem Zusammenhang. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich, ja, wo ich gerade, wenn ihr eine größere Position habt, ähm, wo ich euch eigentlich zu ermutigen möchte, einfach auch so ein bisschen aus Gerechtigkeitsempfinden, ja. Ich finde es einfach so unglaublich, ähm, mit welcher Arroganz, aber auch mit welcher, ähm, ja, mit welcher Ignoranz die Broker da sich euch gegenüber verhalten haben. Ich meine, ihr seid deren Kunden und es ist doch euer gutes Recht, dass sich um euch gekümmert wird, wenn ihr in einer schwierigen Situation seid, ja. Und dieses Kopf in den Sand stecken und mal sagen, ja, gucken wir mal, was passiert, ja, wir haben gerade keine Ahnung, wir wollen uns eigentlich auch nicht damit beschäftigen, finde ich einfach absolut unmöglich, ja. Und, äh, ja, also das ist auf jeden Fall was, was mir so ein bisschen am Herzen liegt. Und das ist auf jeden Fall die kleine Aktualisierung für euch, die es schon gemacht haben. Ihr kriegt da jetzt auch nochmal ein Schreiben, also checkt mal eure E-Mails. Ähm, und, ja, ich, äh, wie gesagt, ich hoffe, dass wir das alles gut über die Bühne kriegen und dass alle auf jeden Fall zumindest ihren fairen Anteil irgendwann bekommen werden. Sei es dann in Form von Bargeld, weil die Sachen liquidiert werden oder wie auch immer. Ich bleibe auf jeden Fall weiter dran. Also, wenn dich das Thema interessiert, lass auf jeden Fall ein Abo da. Und wir werden weiter gucken, dass wir da halt Lösungen für euch finden, um euer Problem da in den Griff zu bekommen. Ich meine, das ist ja quasi der Kern des Kanals, ja, dass wir uns gegenseitig unterstützen bei unseren Investmentaktivitäten. Und, ja, da bin ich auf jeden Fall dran. Sorry, dass das Licht heute nicht ganz ideal ist. Äh, ich bin hier gerade noch, äh, unterwegs und musste das jetzt gerade so ein bisschen spontan aufnehmen. Aber ich denke, das passt alles soweit. Zauut müsste an sich gut gewesen sein. Von daher, macht euch noch einen schönen Tag. Und, ähm, ja, passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao.